Hi Leute, Willkommen bei PlaySaniaPlay und zwar heute mal wieder ein schönes Gameplay. Hab für euch das Gameplay bei Hardcore Herrschaft erspielt mit der Vespa. Ihr könnt mir am Ende einen Kommentar da lassen, wie ihr das Gameplay gefunden habt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Gameplay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir einfach ein Like oder ein Abo da. Würde mich über den freuen. Also gut, bis demnächst.